Wie heißt der? Livestream? Wie heißt der? Wie heißt der? Hast du gerade mein Spreen? Jules? 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 schild lalala es ist immer meine mits zeigen äh, kannst du? ich guck hatte grad dein stream 310 Wibach, hast du boogie down? ja kannst du mir den tanz aus dem shop schenken den linkstanz ich spar auf den nächsten battle pass ja, und ich spar und ich will den Ding Simot haben von Ninja wirst du den? ein Freund von mir hat sich den geholt ich hab ja den gar nicht so hart ich weiß nicht ich hab keine Wibach ich weiß nicht ich hab ja auch einen Katzenzauner Wibach geschenkt sagen wir es mal so ja ja 100 ja ja, das geht mir nicht in die Wibachse aber von mir ist es nicht in die Wibachse nur ich war halt den nächsten battle passen ja ich war ja und nicht in die Wibachse das ist 3 aber er hat sich in die Wibachse die nach zum Schauen wenn du da sind Patrick euch keine Ahnung ein Räder in der Welt ab das hat er abgelehnt ein Mann den Namen und nur ab ein an und wenn man in der Zeit das ist jetzt nicht heisst und wenn er nicht mehr und auch ein Sturmschild können die die uns nicht zu schauen, ich hab einen Zuschauer mehr der da ist falls sie einen nicht abonnent ist, bitte abonnieren und like nehmen vergessen und äh ja warte, äh, Zuschauer 2 ich fühl mich doppelt warte, können wir bitte mal... äh, kannst du bitte den Schwenbeleiser machen? ja oder... ja oder auf so lautlos Was hast du für ein 130er-Schwert? Welches? Du hast ein 130er-Schwert. Ich hab zwei. Als wenn du zwei Bögen auch hast. Kann ich ein? Ich bin jetzt mit deinem Ding drin. Komm nicht raus. Ich kann mir Rechte kurz geben. Weil ich nicht rauskomme. Ich geb einen hier auf Steinberg-Kennrechte. Außer meinem ersten Freund. Ist das nicht? Komm nicht raus. Oh? Hm? Geh bei der Leitur weg! Ich dachte, ich hab eine Leitur raus. Kann ich den Bogen? Kann ich einen Bogen oder so? Für? Rehen? Äh... Ich brauch mein Z. Metz. Aber keine Baummaterialien. Ich brauch Sprengpulver und Blanken. Und Faserregel. Todesgräber auf 106. Nein, ich brauch Bogen. Warte mal. Wurde ich der Bau von der Welt. Ich hab die Skizze auf 130. Full-Legy. Energie. Die Bälle auf 92. Ich brauche... Ich brauche mehr. Welche? Habe ich doch gerade eben gesagt. Komm mal mit. Also Baumaterialien oder Ratz? Mhm. Nein, nein. Kein Baummaterial. Ich brauch, ähm... Sprengpulver brauche ich. Planken und Haseregge. Planken. Hm? Sprengpulver und Planken. Und... Ach komm. Falls irgendjemand... Ach, drei Zuschauer. Okay. Geil. Drei Zuschauer. Okay, ähm... Dann kann ich ja schon mal... Sprengpulver kann ich... Ersten geben. Wie viel brauchst du? Ich kann mir 100 geben. Äh, ein bisschen. Kann mir 103 geben? Ich brauch ein bisschen, äh... Ein bisschen brauche ich. Du willst mir? Ein bisschen. Äh, kann bitte greiflich haben? Oder mehr? Oh, ich rangebefüßen. Warte, bitte. Hallo? Grüß? Irgendwas ist mit unserem Netzwerk. Es geht einfach nicht. Ich bin gerade live. Echt? Ja. Und ich hab zwei Zuschauer. Also, warte mal. Der Bogen? Jawohl. Stegen? Ich ruf dich, wenn alle soll kommen. Ja. Das war's noch. Okay, dann. Ciao. Äh, brauchst du noch rot... ... 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 ein Köln auf jeden Fall äh passelige Kräuter und lang Karnier wird gekreutert als die Kräuter Prozent das ist grau da hat davon ich habe gar nicht und noch war um es sind noch wie heißt ich kann es nicht langen die langen Siegern brechen in der Kau Prozent auch ab auch 8 Blanken habt ihr alles gebrockt wir sind die Kranken und dann in dem Buch warum lacht den Buben aus was er ins Wort ist dann aber nicht recht das Orgen das ist richtig ganz schießen ja und an der anderen der Bumbo auch mit einer preis-papierung zu bauen das war sehr viel Arbeit diesen Totenkopf hier zu bauen und siehe hier ja das hat mich noch einigermaßen zu tun hat ich hätte es mal hier hin ich bin dann schau mal nach oben war ein Labyrinth und das sieht aus wie ein Labyrinth da oben lag es sieht aus wie ein Labyrinth warte ähm hier hier ah nein und ich hätte fast das falsch abgebaut Prozent Kurser noch kurz runter in unten jetzt ist es fast leer ja die Kampfer eigentlich hättest du ja mein stream schauen können halt nur ein bisschen leiser machen ich frage mich halt auch wenn man den stream wenn man bei den typen der in der lobby ist der redet wofür muss man dann noch den stream eigentlich laut haben weil man hört doch dann eh alles wieder ein Jumpe warum hast du jetzt wieder ein Jumpe obwohl ich hab das falsch mal ich hab das ja ja falsch da hängen geplaciert wo ich da auch noch weil das jetzt irgendwie ein Labyrinth gefühlt kommt weil das da aus der Labyrinth Decke na alter es ist jetzt schon gefühlt darf ich dich hochholen ja bitte ok ich habe 130 mitbekommen wie warum hast du nur so wenig gekommen keine Ahnung ich bin glaub ich auf die Treppen bin halt auf die Treppen gesprungen vielleicht deswegen so ok geil ähm ich platziere ich lege schon mal die Sachen die Sachen die die ich geben werde bei dem Livestream so ich hab's noch was guck mal was ich auch noch habe so was ich noch habe ich hab auch ne 130er Waffe das wäre einfach überraschend ich hab' ich hab' noch ich hab' noch ich hab' noch 67 ich muss gleich mal ganz schön aus dem Lager was machen ja ich hab' noch das ist ein Zehnchen übernommen das ich bin ein so auch er braucht vielleicht wohl war auch von abbreitend er war 5600 haben auch immer noch mal ab und abbreiten um im ich habe abgabend für das vier Ja, natürlich. Das ist die Box. Na, das ist... Ich... Jeder, der reinkommt, darf sich eine Waffe aussuchen. Okay. Ich habe aus Versehen wieder zwei aufgeregt. Nee, dann soll ich noch ein paar Jahre lang. Ich habe noch einen davon. Quall... Soll ich mal richtig über... Also ich übertreibe jetzt nicht, aber... Macht nur 5.000 Damage noch. Ich hatte die auch mal. Das ist mein Fall. Ja, die hat gegeben. Ja. Deswegen behalte ich die auch. Aber die sind relativ schwach, ne? Welche Müllkanone, ja. Ich mache ein paar Nieten auch rein. Ein paar Nieten, die sind nicht ganz voll. Müllkanone macht 3.800 Zahnen nur. Das geht eigentlich für eine 82.000 Waffe. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Scheiße. Kann man das hiervon aufnehmen? Man kann das aufnehmen. Okay, sollen wir das dann zurücktun etwas? Also, was wir gesagt haben. Soll ich mich jetzt nicht aufnehmen? Also, warte mal. Ich habe noch eine 940er Waffe. Das ist jetzt eine Miete. Ja, die haben sie gesehen. Ne, die müssen ein bisschen, der müsste, ich glaube, ich droppen, äh, rockenlauchern, die Miete. Warte mal, ich so, hier war eine Mieterin, eine richtige Miete. Und hier ist eine richtige Miete, auch eine 10er Waffe. Hier ist eine 10er Waffe. Oh mein Gott, Digga. Der könnte ich hier viel abstrauben. Was? Mach ich dann, aber die Stähne, weiß ich, so. Ja. Bin trading so, tu auch richtig so auf, ähm, ich drob jetzt so mit 92er Rebillow. Nimm der. Und dann, ich ziehe sie so auf, bau den ein, so weiß, so, und ich glaube, eine Waffe und gibt die einfach. Oh, alle. Das könnt ihr, ihr könnt euch davon eine Waffe aussuchen. Alle, die mir zuschauen und hier reinkommen, ihr müsst mir halt nur eine Anfrage schicken. Oder, ja. Ich heiße Ghost, hier, Ghost8765434. Dann nehme ich die natürlich an, dann, äh, lade ich euch halt in diese Lobby ein. Und dann könnt ihr euch davon eine Waffe aussuchen. Und wenn ihr mich halt schon als Franzin zugefügt habt, dann könnt ihr mir einfach die Anfrage. Also wer mich nicht endet bekommt, einen 130er Rebillow und einen 290er Rebillow. Es ist die beste Waffe, aber etwas. Hier hat etwa. Nur 130er Rebillow und eine... Schau auf die Karte. Schau auf die Karte. Ey, das wäre so mies, wie jetzt unser Internet abkacken. Oh, oder jemand, äh. Boche, vor jemandem, kommt rein. Ja, bitte, kommt nicht rein. Die Waffe hier. Die geben auch voll ab. Abgeben würde ich halt so eine Waffe. So eine Waffe. Die Waffe würde ich alle abgeben. Ja. Weil die Brau hier nicht so hart. Die Raketen-Waffe und so. Die Kommi würde ich vielleicht so aufgeben. Hast du das da? Das ist, äh, jetzt. Das war mal eine erste legendäre Waffe. Mein neuer Main-Skill ist das auch. Achso, und, äh, ich würde auch noch die Schaufel, glaube ich, dazu tun. Wenn man die Schaufel in der Hand hält, ist man, äh, ein bisschen schneller. Ja. Und, willst du dir eine Waffe aussuchen? Hm, eigentlich nicht. Weil, die soll ja eigentlich für deine Community unten sein. Warte, ich glaube, ich mache das aber so, so, so. Dann, ja, okay, wenn jemand scammt, den werden wir wieder da rauskicken. Okay. Und melden einfach. So würde ich das, glaube ich, machen. Dann hier so, so, dass man mehr sieht. Ja, so mache ich das. Ja, so sieht man viel mehr. Ja. Das einzigste wäre jetzt geil, wäre so eine Schuppe. Aber, ich brauche die nicht, weil, ich habe, also, ich habe kaum noch Sachen, aber ich habe eine 25er-Graue-Waffe und eine legendäre Waffe, eine 34er, und die ist schon relativ stark. Ich platiere hier gleich drei Seiten, dass man das nicht runteriditiert. Guck mal, das Schwert macht zwar Höchstens, ich mache das gerade mal 300 Fadenhöchstens, das Schwert, ne, aber dafür ist das schon okay. Weil, damit bekommt man sich nicht mehr zu haben. Nichts Blitzlevel. Ah, ich habe auf die Hunde gelöst. Das ist egal. Äh, es war Blitzlevel 34, ich habe auf die Hunde gelöst. Das ist egal. Und nein, das ist rausgeworfen, das ist immer im Moment. Achso. Achso. Achso, da hat der Allerbkommen auch weniger Faden mit. Ach, das hat das in der Handel heruntergesprungen müssen. Äh, ja. Ja, sucht die Mannschaft aus, so darfst die Mannschaft aus. Von mir aus. Ah, komm, ich muss noch mal ein paar mehr schaffen. Also, die, Nimm sie einfach, nimm sie einfach. Was ich halt, Wie viele Schaden macht der Raketenwerfer? 120.000 bei mir, also ich mache mit dem 120.000. Ich hab den gleich wieder, ich will mal kurz gucken, wie für bei mir. Weil ich hab ja auch Schaden auf Völkesteld. Ja, bei mir macht der 11.000. Also, aber ich mach der, 106. Nee, 102 bin ich. Und die Schaufel macht? Okay, die macht 2.200. Oh, wie komm ich zum Moral-Wort? Oh, ich dachte, ich hör auf meinen Moral-Wort. Oh, ich dachte, ich hör auf meinen Moral-Wort. Also, es ist ja ein OP nach dem, die du überhaupt hast, aber... Okay. Die, die Totengräber hab ich schon. Das heißt, die würde ich jetzt nicht gebrauchen. Gar nicht. Achso, ich... Weil ich hab ja noch 130er Totengräber schon von dir. Der ist nicht der Beste, aber ich hab etwas. Hä, wo ist die? Hm, ich brauch rein, guck gar nicht. Gar nicht. Weil die beleidigen Waffen sind. Oder hast du nämlich so ein Metallrad eh voll? Ich müsste irgendwas droppen. Welchen 82er Raketen darf ich verdroppen? Ja, du kannst alles droppen, was du willst. Oh, ich hab wieder drei Zuschauer. Äh, also willst du... Die, die mir zuschauen, ihr könnt in meine Lobby kommen und könnt euch hiervon was aussuchen. Ähm, warum... Hiervon? Ja, warte mal. Ich werf mal ein paar Sachen weg, die ich nicht brauche. Äh, du hast mir ja zwei Pumps gegeben. Die machen beide 2K. Aber die eine ist... Ich glaube, ich könnte sogar bei Xbox eine Gruppensuche machen. Und, dass ich gerade live bin und so. Und, dass ich Sachen verschenke und so. Ich würde mal sowas gerne. Da kam einfach irgendjemand rein. Ich hab 9000 Teampunkte. Also, ich krieg jetzt mal eine 82-Gar-Raketenwerfer hier noch rein. Hm? Wegen den hab ich auch auf 82 mit 3 Schuss und der hat 0 bei mir. Ich hoffe, ich schon OP, hm? Welche? Die hier. Die sind schon OP. Wie viele Schaufeln hast du davon? Äh, ich hab die Skizze. Er war jetzt zwei geworden. Ach so. Ja. Du kannst eine nehmen. Ich hab... Ach so, da hast du schon eine. Du kannst immer eine nehmen. Nee, hoffe nicht, hoffe nicht. Dir vertraue ich mir nicht. Boah, ich hab halt so schlechte Waffen gekauft. Ich könnte mir halt eine nette Waffe machen. Mit 20-Gar. Macht jetzt... Keine Ahnung. Kann ich mal die Skizze... Boah, soll ich mir eine OP-Pap machen? Nee, geil. Die macht 629 Schaden. Okay, die Pampi, du nimmst. Die haben noch 2000 Schaden. Äh, ich geh mal... Äh... Was hast du noch im Lager? Ich? Ich mach hier mal ne Tür hin, dass du gleich wieder rauskommst. Keine Ahnung. Ich könnte das... Na, ich guck mal nach guten Waffen. Ich hier rocken kann einfach. Ja, okay, schon mal. Okay, die macht... Eine blaue Waffe, die macht... Nur mit 1.5 Schaden. Die auch relativ viel. Ja, mach ich einfach zweimal. Die lange, die grünen Waffen, ich glaub, sie kann es wegnehmen, weil ich glaub nicht, dass die... Aber nicht so viel. Aber nicht so viel. Die ist jetzt auch 10,2, aber... Ich vermute trotzdem nicht, dass Leute ne blaue Waffe nehmen. Ach so, die Zepra-Zone ist das. Ja, die grüßt halt auch auf. Die war nicht... Ich finde die... Die war halt in Betrayal selten. Also ist noch in Betrayal selten. Und die durchnommen dazu... Aber die Zapptonen, ich behalte die einfach. Weil, ich finde die geil. Ja. Soll ich ne 49er grüne Waffe weglegen? Oder soll ich ne 130er Revolver weglegen, aber den Kasten behalte ich lieber. Weil der von dir ist. Die Waffe brauche ich eigentlich gar nicht die 10er, ähm, Tiger-Ziefer. Willst du Mord haben auf meinem Livestream? Äh, okay. Weiß er, wie ich heiße, oder? Kann nochmal in Fett schreiben. Okay, dann brauche ich jetzt eigentlich keine Mutter. Hab mal Hallo in Fett, falls ich gerade... Weil, äh, ich würde dann nämlich jetzt gehen und dann könntest du halt aufpassen, falls, ja, ich vertraue dir ja. Ja, okay. Ich hab gerade Hallo nochmal in Fett geschrieben. Also es ist okay, dass du hast. Aber guck mal, die sieht generell so geil aus. Guck mal, wie die Waffe aussieht. Die zappt dran in grün. Ähm, blau. Dafür, dass es eine Zehnerwaffe ist, ist sie schon. Oh mein Gott. Ja, also, du bist halt jetzt nicht so mit dem Witzler so hoch und das Bild. Ja, das stimmt. Also ich finde jetzt nicht mehr so, ich finde blau Waffen in Rellen nicht mehr gut. Wie viel macht die die Farmatio? Also die heißt noch 130er. Wie viel zu machen machen? Äh, bei mir macht die, äh, 1000... 700 pro Schuss und bei Kopfschuss Schaden 3900. Okay, du hab mir mal kurz, ich guck mal. Gebt die auch zurück. So mit deinen, wo mit deinen grauen Waffen. Ach komm, äh, soll ich es so machen? Ich baue hier, ich baue hier, ich baue hier, ich baue hier gerade mit einem Kasten, und, äh, wie aufgenommen. Ja. Ähm, ich baue einfach. 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 Einfach, einfach. 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 dass sie nicht so machen ich hätte vertreten in dieser Ecke diese Sniper dann können die mit der Sniperhalter dran und der Gopal ein paar Waffen an die wir haben war auch ganz okay die Halle ich mache eine Müllbox ok und er will sie die Kupferwaffe wiederverwerten dass ich diese Kupferkiefer die blaue egal sie der Witz war ich muss mal er bringt ihr halt gemacht habe wer die weil du die bringt die Kupfer die mal ein paar Volk brauchst du vielleicht Obsidian oder so noch um M. M. Manchmal nicht, manchmal ja. Also sag mal was du alles brauchst. Also zu Ob sie sage ich nur manchmal meine jetzt grade. He he smiley. Was ist das für smiley? Ich brauch mal etwas, ich brauch mal viel. Ich brauch mal was ich brauche. Ich glaub ich nehm aber gleich kurze andere Entdecker, deswegen müssen wir gleich kurze alles wieder aufheben und so. Weil ich, weil sonst sind ja alle Waffen gelöscht. Ich kann hier, keine Ahnung. Brauchst du vielleicht noch Mechaniketeiler? Ich glaube, ich muss echt ne Gruppensuche machen auf meinem Xbox-Account, dass hier man kommt, der jetzt so was allein. Ich brauch mal ein paar Sachen. Kann ich die auch geben? Ja, kann ich alles haben. Komm, ich nehm' alle. Oh, Schatten, nämlich auch. Oh, da brauch ich auch gar nicht. Also das Fress. Okay. Okay. Ich hab' ein paar Sachen, die ich brauche, aber sie könnten nachher irgendwann nützlich sein. Also ich muss halt wieder, die ich brauche, ist das? Und das kann nicht für einen Freund, ne? Oh, gut. Das ist das, das brauche ich. Manche Sachen brauche ich nicht, manchmal brauche ich. Also. Und das brauche ich auch. Das recht nicht. Hast du Moni? Hast du Moni? Wofür? 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 Wofür hab ich null. Die ist zu... also ich finde die ist zu teuer. 15 Sprengpulver, 15 Schüsse. Und jetzt scremm ich die Sonder. Alter, wenn wir auch so'n richtig großen Platz mal haben. Alter, die Waffen sind so ok. Ich glaub' ich echt auf meinem X-Boxer. Und... Ich hab' die... hab' ich... hä? Ich hab' die... ich hab' die... ich hab' die... ich wollte die grad' edit... äh grad' abziehen und dann edit's zu... Ich hab' die nicht abräumen. Du kannst gut aufhören. Ich will die nicht abräumen. Ich mach' die denn? Ich mach' die denn? Ich hab' meine Tür reinbeuillt. Ich hab' meine Tür reinbeuillt. zehn sechs Jahre bei der Waffe ein ein Teil aus und die Nachmittlung an den Besuch um weil die Meister die Meisterschaft die Ziele machen ich mach den mal wieder hier in der Reihe hier drinnen boah ich gleich so wie man eine Gruppensuche hier tue ich mach mal einfach hier eine Gruppensuche Gruppensuche ich bin grad ein bisschen blöd ach so deswegen hab ich mich doch nicht ja das hört mich ja nicht wieder so ich mach mal eine Gruppensuche auf Teichgelenk da habe ich viele Freunde da hat eine Gruppensuche gestartet für ähm und und da steht ja also ich habe den Waffen im Rettung also 130er Waffen sind ja meistens 130er ja ich glaube ich habe mir nachher noch mehr Platz in meinen Rucksack weil ich kann so wenig meinen Rucksack platzen platzen ja packen ich ich brauche ich hab so viele Fallen auch die ich gar nicht brauche so einfach mal ein paar Fallen äh ja wir gehen die kann ich gut gebrauchen die hier ich hab hier nicht wo für die sind warte mal wie hast du noch meine Gruppensuche erstellt äh ich hab's über Partys gemacht ich kann irgendwie keiner erstellen die kannst du haben also die hier kann ich auch nochmal verschenken die ganzen Fallen die hier liegen kann ich meinetwegen auch noch verschenken an die äh ich hab jetzt nicht mehr die ich gar nicht kapiere wofür die sind so habe ich einfach mal fünf von ich habe eine Wandfalle auf Super 80 ich brauche die hier mal äh warum hier ist die 8 äh Teil äh warum muss die Karte scheiße editieren wenn wir doch nicht und das ist die auch mit niemandem im ersten und freund hier ich habe mich nicht kennen soll Ja. Was denn? Hab ich warum ich nicht scammen sollte überhaupt? Ich hab ein paar Fallen, die ich nicht kapiere. Die kannst du meinetwegen alle haben. Wiederverwertet die doch. Kapier nicht, wofür die sein sollen. Also von diesen einen, wo ich fünf Stück Platz gegeben habe, diese Deckenfallen, hab ich noch 35 Stück von. Also ich hab insgesamt 40 Stück. Die kann ich meinetwegen auch verschenken. Sollen die ganzen Fallen hin? Soll ich die Fallen hin tun? Soll ich die Fallen hin tun? Auch? Soll ich mir ein paar Fallen hin tun? Ja, kannst du machen. Also von mir aus können wir die auch in die Spendenbox tun, dass die Leute sich die einfach nehmen können. Ja, ja, okay. Weil, hier ist die Spendenbox, ne? Ah, hier ist die Spendenbox, ne? Ah, hier ist die Spendenbox, ne? Ah, hier ist die Spendenbox, ne? Äh, das ist der Kühlchen. Also hier sind ne 49er Waffen und ne 80er Falle. Also ich hab jetzt geschrieben, eine Waffe für die, die in meinen Livestream kommen, in Fortnite. So mit meine Party. Also ich hab hier ne, ähm, Luft, ähm, Luftabwehrfalle hingetan auf 49, in grün. Ne Deckenfalle auf 10, 5 Stück. Und ne V-Stinder. Auf 80. Und ne V-Stinder. Doch, denk ich gar nicht. Mach mal die Tür wieder auf. Also, das ist schon, ne Totendrever ist geil auf, auf 180, äh, auf 180, ist klar. 130. Ich hab halt aber selber eine von dir bekommen. Also ich v-rein ging auch keine mehr. Ja. So, ich hab jetzt ne Kumpensuche veröffentlicht. Ähm, zeig? Ne, aber 180er, ähm, Totendrever ist schon geil. Äh, es gibt doch gar keine. Äh, 130er. Hast du dir eine Schaufel genommen? Äh, eine, ja? Soll ich sie zurücklegen? Ne, ne, fast schon, fast schon. Okay. Guck mal, was ich alles in Spendenbox reingetan habe. Was? Es ist direkt einer interessiert. Was? Noch einer? Haben die ein Chat geschrieben, oder? Okay. Okay, ähm, zeig? Warum hab ich's verlassen? Äh, äh, ich hab ausgesehen verlassen. Ähm. So. Lass ihn dann mal in der Party ein, wenn er X-Vog-Spieler ist. Äh, ja, ich such dich gerade, aber das sind beides X-Vog-Spieler. Äh, geil. Irgendwann noch. Haben die per Chat geschrieben, oder? FA einfach geschrieben. Äh, na, die haben, äh, per... Chat geschrieben? Dem Chat ist keine Nachricht. Außer meiner. Na, äh, ich meinte, die haben, äh, äh, hierhin schon, dass sie interessiert sind. Nein. Ach so, wer? So, einer ist drin. Ja. Machst du an. Ui. Hallo. Es geht. Hast du Rette die Welt? Ja. Ja, okay, gut. Dann, äh, kommst du meine Lobby? Also von Darknet in der Lobby? Ja. Ja. Wie, ey, aber... Wie hast du bitte überhaupt Rette die Sucht? Ich hab' so viele 130 gewartet, mein Gott verdrängt. Und... Da hast du, keine Ahnung, wie viele Jahre dafür gesuchtet. So, meins, den zweiten, der, äh, geschrieben hat, dass er interessiert ist auch. Also, ich kann für meinetwegen jetzt noch, äh, äh, Wünschen geben. Okay. Heideleck. Oh. Hallo? Ich spüre die Welt fast gar nicht. Hallo? Äh, äh... Hast du Rette die Welt? Ja. Ja, okay, dann, äh, äh, kannst du meine Lobby? Äh, du musst von Darknet in der Lobby join. Und, äh... Einer interessiert andere Wolva 130, 5k damage. Äh... Nitsch? Nitsch? Nitsch hat's verlassen. Nitsch? Nacko, bist du denn, bist du gesund? Nacko, äh... Keine Ahnung. Nacko, ich hab's gefunden. Äh, du darfst nicht mit Teichelenk join. Du musst daten nicht join. Ja, komm nicht rein. Achso, ich hab dich noch blockiert, glaub ich. Prozent die Führung Prozent Max die Erlösung ein paar Sachen auch an und er ist ganz max zu Lobby einladen Prozent ja dann hat man noch schädelte zu lobbyen und mann aber alle hat die Einladung ich hoffe es ist wirklich schön er hat alle 6 jetzt geht's aber mit lang ist es von Ratto ja spielst du dann könnten wir beide Brüder sein weil ich wir auch nie das ist mein erstes Mal wieder seit keine Ahnung wie vielen Tagen ich melde mich halt nur jeden Tag an nur für Dings doch weil du der erste bist ist da so eine Box aber die Sniper hätten wir gerne wieder weil die Snipers für die Leute die die Waffen aussuchen aber es gibt ein paar Nieten die Nieten sind so wenn sie nicht mehr voll sind aber die meisten sind voll weil die meisten aber die werden auch nicht nur ja kurz rein wenn wir von mir aus der Waffen ja ich glaube der müsste eigentlich die meisten machen wenn man ja dann ja weiß nicht was guckst du dann streamen abonniert bis zum abonniert ich habe mir ich heiße nur die Häuselte das gelagten gelagten also Max weiß nicht welch OP machen es gibt das ist schon mal gut wer kennt ihr euch überhaupt ähm geht ihr auch ja Prozent aber wie bei der Doppel mit um abtakt 9 um abtabler so und bei der Notion abtab die wenn man nicht kann man sich auch wieder an um abtabler abtabler und er hat die Städte und um abtabler 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 und so weiter er ist ein kleines normal abtabler an bisher schon nicht mehr wie es ist von x-box auf ich bin ich schon auf dem PC ich will auf dem PC also mein Teichgelenk bekannt ist auf der ich aber ich will das sagen Alter ist das ein bisschen ich finde nicht das leckt ich will nicht alles so wie gestern 100 Waffen und sonst eigentlich nur 130er ich habe nur 130er um du darfst du aus okay du darfst du aussuchen und du darfst ja ein paar Waffen aus, also eine Waffe oh mein Gott, was hab ich da jetzt in der Hand du darfst du eine Waffe aussuchen Kuckuck Kuckuck die haben so Kuckuck machen welche Waffen willst du? Kuckuck 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 das soll klar, dass ich es ähnliches Gutes also alles ist 130 außer die Müllkanone und um die Pistole sie sind Augenhöhe Wappenbach die GmbH es gibt das so schnell wird mein Gott ist jetzt schon bis zu mir jetzt voll alt haben die Stimme ja ich habe es wegen den Waffen ja schien ich kann ja auch dann wird man gut hat hat ein paar Toten also eine Hundertdreifiger ich habe jetzt hier nicht A Max welche Waffen willst du der Fall ist doch egal gibt mir keine einfach oder gibt mir einfach keine schütze eh nie umgehen sagt jetzt ich will es das ist für waffen bisher vorgesehen werden wir heute des gründers so und laut bewusst der radik und ich kann auch und die werfen er kann man auch ja die ist ja nicht so hoch ich zeigte mich ganz und ne luchs aber nur ein das ist ein jahre ich habe eine Müllkonone nur 30 welche willst du hier von was will ich denn keine Ahnung ich frage dich ja und reiten die Wende in der Möckern aus Säden ist es so gut das ist das hier ja jeder da wo hinterher vertreten ist auch jetzt der Weckelaufleute da auch weiter rechts also von dir aus links 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 ja das sind so auf dem Boden ist ja und das sind Totenkleber die das ist die alte so ist es nicht so was das hier ist willst du die er hat die schlechte Pum äh ne ne Pum haben wir leider nicht da mach ich hier mal also okay dann willst du die Totengräber die Totengräber ist voll und äh voll die eine Miete gewesen ja die hab ich auch muss ich mal was mal nie machen ja jetzt hab ich 130 dann habe ich 370 willst du noch Tränen? ah 14 ah hier war ich mal äh ne 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 das war ein 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 der die 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 Prozent Prozent er macht einfach eine Tür rein wo man muss tanzen Alkantin Alkantin ich kann nicht tanzen er machten ich brauche nun für Möckel und Schalter hat sich noch genannt bei dir gemeldet hat sich noch genannt bei dir gemeldet ich dieses Spiel nicht spiele ja oh mein gott ich kann ja schießen Lügeleiter der Leutnant Lager oder gar nicht für den Fallen das Haus sie weiter der Burg in deinem Porto kann man hier eigentlich ist die er hat gebeten und abgült und kann man nicht erhebe ich sie einstatt mit muss man das machen ausschließlich im Bogenland mit aber auch statt es liegen muss um dann schießt das normal ihr habt ihr schon rechte die Welt da seit Weihnachten ungefähr wo es dann gut war ein paar Jahre um da hat er abrufen angeboten und der Schuss aber das war noch vor ein Jahr auch ein Angebot ich habe mir das für zu holten auch wenn es halt überhaupt nicht ich weiß ein Freund von mir alter er hat sich die Welt direkt am Anfang mehr dachte das Spiel kostet genauso viel zu dem Rettung wird es draußen hat ein Freund von mir ist Naja bei der Welt ein paar Mal ein er ist gar nicht oder das ist kein Voice-Over und du hast kein Voice-Over an oder er war um links oder dann wurde das einstellt wo das haben willst siehst du wer redet gerade war ab heute reden nur wie weiter gerade ja was ist für ein Raum hier ich verstehe diesen Raum nicht ich habe einen Rat durchgehen beim Kopf nicht mal spiel denn es ist die Karte die Art der Karte muss mit dem Hoverboard da durchfahren Euro und er das Hoverboard müssen wir nur das Wort er wusste es das musste freischalten auch so das war ich habe ein solches ganz ähnliches an ein PC Prozent ich spiele die Spiele ich hab auch Prozent hast du aber dort ich werde das nicht verhältlich sein Nürnberg und wenn man aber vor der Laufzeuge Prozent der Laufenssatz der Abort der Abort ich brauche ein Leben ich brauche ein Leben abgeladen weil ich will auch sie dann muss da drinnen Mültenburg Kieler abtürt sich nicht auf nur ich habe keine Metz und Möcke zu machen und alles nur Prozent das so traurig ich habe ich habe ich habe es um irgendwelche Mut zu machen aber auch nicht mehr oder irgendwas wird die Leute bei einer Liga aber weil ich habe von gar nichts holz 380 stein 8 okay okay ich hab ein 600 und leute ich schon weg die spielte sich und auch immer und er hat bis jetzt einmal die Mission nur zweimal gemacht die Welt kann ich ja sogar noch die ganzen Gebäude drehen, Alter, alles Guck mal was ich in der Hand habe Dann hast du einen Grapplein in der Hand Ne, hast kein Grapplein, aber was ist das? Geh dir erstmal rum, Ballers Was ist das denn? Nimm mal alle deine Waffen in der Hand, die du hast Okay, na Jules, ist die Waffe von dem Raum da? Soll ich mich drücken? Ja, okay Weil davon habe ich leider nur eine Punkt Ich kann ihn leider nicht craften Hä? Mh Ich habe das getan leider nicht Hä? Ach so mache ich das Wollen wir tauschen? Ja, ich muss gerade überlegen wie ich das mache Warum wurde ich jetzt runtereditiert? Ich lebe noch Ja, ich lebe auch noch also Ich hab nur von der Zeit Teil der mitbekommen Ich weiß gar nicht was Ich weiß gar nicht was Schöne ich auch Ich lege gar nichts Ich kann ihn nicht schädeln Was hast du denn alles? Müllkanone 130er Mh habe ich? Kürbis wäre von 130er Mh habe ich auch Mh H Wie heißt diese Waffe? Tommiger Tommiger 130 Zwei Mal Tommiger Lauf Ich habe alles geschenkt kommen Äh Dann noch 3 Tore Räuber Nr. deine Waffe nachhand der Einigung komisch da Wer ist das? Prozent Auerkorn Sturmgewehr Prozent ein ein die Beobacht von der Karte in der ich ich trauscht nicht ich habe ihn schon so die Jungs ich habe die Verkauf der Waffen also hier liegen der Waffe von einem Freund geschenkt bekommen Alter der irgendwann gesagt ich will sie zurückhaben Hälfte ich habe ihn zurückgegeben aber auch mal wollen die Unterhaltung und Kau Klapper Kopp Minkau soll das werden ich habe auch kommt niemand an das ist gut ich will ich nicht er hat mich nicht gut auf 2.8 Klapper Klaas soll sich zu hoffen Prozent 2.80er Waffe Körper 2.000 und Kopfschmerzen nicht schickte Wolle dieser Modus ich gespielt nicht auch der Kölner mit ein und kann auch nicht wir haben aber auch Paul Robach wir haben hier Reihal Heiberg der paar Waffen da das ist so langweilig mit diesem Waffen-Missionen zu machen ich habe warum zu gehen ja ich so das ist gut ja ich bin bei Eber zu verhalten oder vier Missionen der Bahn in den Abrundertreißiger Woffen Post-Angst sich nach oben keine Ahnung die Waffen noch nicht Angst er hat bekommen noch mal egal kann auch mal keine Antworten die Vorführer bei mir auch auf der Wäste als viele Falle so machte ich denke was geht bei dem Jahr am Tag ich glaube ich sollte ich soll Arma jetzt eine frage wie viele waffen hast du bitte schon aus dem teil hier oben rausgenommen ich habe ein was mit der schalke dem spekter glaubt schon die gab es eine base aussieht oder ich habe einfach aussehen aufgehoben weil ich wollte die Koffer aufhören Junge wie viel hast du gespielt hier zu viel Aargo hat ja okay in der Karte bei der Wälder sich besucht die Scheiße aus dem Satz zu geben meine Wälder sich die Sätze der Lärmische Scheiße aus Schöne ich habe getrunken gebaut aber ich bin aber hier Das ist geil, vielleicht ist es eine Waffe, die relativ gut ist, aber die ich nie benutze. Wurde die schon abgezogen? Hm, was? Wurde die schon abgezogen? Schon verlaucht. Einmal über eine 130er Waffe, die mir ein Typ gegeben hat. Die hat auch Körpers und 50K gemacht. Und auch 50K. Boah, was ist das jetzt? Hier hat mir jemand gestammt. Was ist das? Hilfe, irgendwas. Die hat mir auch 130 gegeben. Ja, die ich nicht gebraucht habe. Die hat 50K, Körpers und 100K. Auf Kopf. Bei mir macht die 1K. Wollte kaufen? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man schießt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Darf ich? Ja. Ich hoffe nicht, Alter. Wie ist das denn groß? Was? Ich habeplicore in Deutschland. Ich habe meine denn die Häuser voll системen. Das ist die, glaube ich. Ich war stabil, habe ich mal Glass ciento. Das ist das. Aber ich mache mir das heutiges Mal' Prozent Schochdrecks Fässer ist das Leben damit zu machen Korn warum wurde ich es eingebaut Prozent Warten mal lachen ja für was soll ich es gäbe ich kann die nächste Woche auch noch ein paar wie er hat geklappt haben wie aber einfach haben er war auch gar nicht davon in der Mitte des Geldes das Geld aus dem Ort auch die ganze Video soll der Schmutz alles Schmutz überwältigte Städter und die Skeptik die St die Leute die sich er was geben wollen und auf einmal verkacken die dabei in die Fallen einfach runter weil die sich aber unter der Täter man ist langweilig niemals in schädt ich glaube ich gehe gleich bei er wir dann vielleicht um die uns live stream nein das mixer ich habe ich das gar nicht dafür gebaut ich habe alle stärker abgebildet auch davon keine waffen munitionsenergiezellen alte energiezellen diese waffe einen davon haben die du nicht brauchst für deine entscheidung nein was ich habe nicht zugehört welche warum die welche ich getroppt habe ja zum feiten schon willst du deinen mühlkanonen wieder haben er hat immerhin abtisch 1 1 abgarten an er hat er gebraucht er ist es gehört das ist ein Schwerpunkt warum warum das sehen und was ist die Stelle komplett es war doch extra borsche friskotten brauchst du vielleicht die fahrer entweder ich schon empfiehlt also dieser fahrer im job fast da ich ja also die schon ein bisschen seltener als normale weil die hat so viel setzt er hat er schon verdammt ich dachte das wäre die normale ich habe ich habe doppeltelement waffen ich habe zwei streamen brauchst du die ich könnte die abtreiben aber nur gegen richtig viele sonnen oder effis wohnen wohnen höchstens ob und wohnen wohnen oder sind die Sonnenbeiräume Sonnenblatt nur wegen du bestätigen das ist ja zu erwähnen das ist und speckig wird gerade er spricht ist sie weil ich weiß die Schengladung aufgrund der neue leberaum ja da wo du gerade eben die ganzen waffen dritte waren sind fallen also ich weiß warum als irgend die mann machen die auf die im bei mir meine ganze stets aus alles verlaufen als er hat braucht und auch alle kann ich meine ich meine Waffen ich kann man ganz viel an 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 reich zugefühlt und mein Leben aber wenn nicht gelingt ressourcen und mit uns hallo aber dringend auch nicht noch hat jemand beziehen abnehmen um die Halle um abkriegen Akarien haben und nehmen die Mulden ein Mulder war daran mein Muldigen genau wenn die Banken ich habe nicht in der Eier ich habe zwei Warten und sie sich hier gemacht die Ehe hat er einfach und den Holter aber und es sagt steigt aber auch mit dem Müllwaffen die Mürwaffen haben mich hier an der Höhe so machen St die Schicht ist und ich will nicht und diese Mutung wenn jemand mit oben zum totenkopf so mit dem totenkopf aber ihr habt ja sehr gut funktioniert wo ich es ja sehr gut funktioniert kann wo ich nicht weiß dass ich nicht möchte das ist jetzt jemand darauf geschaffen ich habe ich habe die hallo und auch die hallo er ist ein bisschen weiter vorne platzieren ja das wird lang ist die rote besser die grüne oder die blaue ich hab die blaue weil die ich habe auch ein bisschen das war anbekommen wie ist der rote gefallen die erste wo auch ein paar so scharf als für die Welt ich bin hier drauf habe nur gemacht und ein weitergefallen Riech ist schon der Unterrichtung um um hier ist es direkt den Ort wenn wir noch ein bisschen wenn wir über den und wenn ein ein das war ein Idiot zu machen und unterfallen und wenn ein egal wie viel Leben hast du eigentlich er hat auch ein paar Prozent ich hab das ich hab über das dreifache von dir und nicht vertreten der Ehe und Prozent der Erdnitzel ist es geblieben laut überraschend sie können werden durch die Urkommel nach der Anwalt vor Ort er hat so gut als Sache und hat eingangs war es eine tür ja und jetzt kommen wir hier runter ey Kai guck mal ich hab die ganze Zeit so gemacht soll ich mir von mir lass uns rum nein oh mein Gott ich hab fast wieder auf mich gefallen ich bin mir auch passiert Alter, du bist so geworden und soll ich jetzt runtergefallen 1 ich bin gut und unterschreiben alle auch gar nicht mehr ab ja auch ich habe er bekommt jetzt die Nase noch ein bogen ich habe nur ein weiteres kürzelt jürgen ja jetzt wieder cool ich habe erweilig war ich hatte auch ein kleines lebens ein Teil der Hälfte kommen ich habe kein Problem mitbekommen weil sie nicht gefallen ist doch ich bin untergefallen der Fall wurde mitbekommen 200 die Nase sieht so bescheuert aus ich glaube ich mache die Nase weg ich will die Nase die Gäber da runter und jetzt haben auf seine Nase das ist Nase 810 auf den Toten Kopfballen auch rechte Pfeil die Kip Bruder Heiko war meine Rechte wieder die Stee er gibt hier sei der Richter Alte Prozent da waren Weltkrieg Prozent 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 er sich auch zu behaupten die Töte erfreut sich jetzt so gut erkannt weil ich jetzt nur drinnen war und ich traue und ich und so hochgeguckt habe und da und neben dem Totenkopf ist noch ein Smiley wenn man rumschaut ein Smiley ist der Ex das ich habe schon gesagt der Klaue an die Hälfte kommen neben der Hohen Erkrankung aber kommt immer wieder aber auch immer wieder warum werden wir nicht hier sind und die sich auf den Verlieben die Hälfte das ist ausprobieren am Ende nicht und das ist ich hab's geschafft ich hab's geschafft Aurore schädlich ist war Wörter und mann das ist es nicht nur die erste muss ich weiter nachdem ich muss jeden ja oder dahin hat er noch nicht nicht ich habe die Fingern zur Riege für Werke Fäscher getroffen Rade alle waren in der Fall wird bei uns Gott hat was wird die Lager der Kau war sie auch untergefallen alle er war so auch noch ich auch nicht höchste um A ein das ist ein Teilchen im Untergefallen an der Welt Gott hat er hat er hat er hat Mieter Mieter Apropos Land das Erste war voll Schaden die Gäste hat auch die Schausstelle zufrieden auch bei Odo-Uter auch da Prozent 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 der Anwendung auf dem Prozent ja und auch aber wir haben ein paar Fragen genommen was soll das so wie es ist er hat ihn was wird sie kommen aber immerhin meine Rechte mit der tiefstehens ich bin umgekehrt umgekehrt wir hatten auch das ich konnte doch die Schuze holen erlaubnis ist da ein zu erleben kann ich nicht mehr und warum du keine Worte ich da ist dass wir haben warum machen sie da Ui oh mein Gott 1hp 1hp Gluck's an Bruder Hände einfach verlassen Diese 1hp mit der ich überlebt habe 1 Wer denkt noch alles was Max Dummes? Ich auch Wollen wir kreativ ausspielen? Hier viel kreativ Hier viel kreativ Ja okay dann das kurze Das kurz kreativ Das hat Sonnenlos Also wenn wir in einer Stunde Kreativ spielen bei 1. Runde direkt weg Das heißt wir müssen in einer Stunde Kreativ spielen und dann haben wir die 1. Runde eben weg In einer Stunde muss ich auf Ungefähr Naja noch ein bisschen später Aber Ihr könnt ja mal in Lobby kommen Lass der Saison was bitte machen Und äh oder ne ich mach nen Weppern Die schlechteren beiden kommen in ein Team Und die 2 besseren Und die 2 besseren Und was? Wo ist das netten Ja das macht nicht so Spaß Weil da kann man ja kein richtiges Bauarbeiten machen Nein nicht aber man kann Ding Man kann was? Man kann ja Zweiter und so Da muss ja Ja aber ja eher für sich Kr стороны Rousseff drauf Wiss die Kassen Aber nicht so bist du Nein ich bin nicht drauf So ist das Wann nicht auf uns verdient Ah 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 Gamm Lager-Meister den Anfragen geschickt Nimmst du an? Ich hab mich warum ich von X-Kontra 11 ne FA besenkt bekomme Obwohl ich ihn nur bei dem Krimier einmal gepackt habe Na warum ist denn der Kampfer mit Korbauer? Weil offline Ich komm nicht rein Weil bei euch beide kurz offline sind Hast du mich A12 hinzugefügt? Ich hab dir eine Anfrage geschickt Lack! Ich hab dir doch schon 30 Anfragen geschickt Echt? Deswegen hast du 33 Anfragen zahlt Ich hab mich nicht einmal gemacht Entweder bin ich blind oder Ich hab vor mir lacht, ich wollte das fragen Ich blieb schon so lange Ich blieb schon so lange Ey, alle haben geliked das Echt? Drei Likes Eines von mir und drei von anderen Echt? Boah 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 Du bist noch 1 Cent ne? Glaub schon Ja Ja ich glaub schon 1 Cent verdient 1 Cent verdient Verdient gar nichts Ich schaffe von Monte kommt irgendwann mal auf mein Stream Und dann wenn ich in Sieg hole Kriege ich 5.000 Euro Boah Ich würde so reinschwitzen bis es kein Morgen mehr gebe Ich würde rein Du bist jetzt kein Jahr Es kommt nicht rein aus ja wir starten schon mal ich will nämlich mal gegen Jules und Bettel machen Jules lade ihn doch mal über Xbox ein ich komme nicht ein ich komme nicht ein ich komme nicht ein ich komme nicht weil ich gucke meinen Tag und so muss Gruppmann verwerben ach scheiße geht nicht das war jetzt ein kommt habe ich kann mein Gruppenbeinkommen und hauptein oder ein nur 30 Wartenrechte Kürtel zu tun für sie haben man ist wahrscheinlich schon 130 Waffenrechte die Welt ach so alle bei mir offline Kürtel hat sie auch offline Lattdokater Platz überladen aber nicht alle meine Freunde offline ein wirklich aber auch ein Räumen und die Mann der Abort auch jetzt sind Zuschauer hier brauchst du ich habe und durch das war noch mit um der Ewa welcher Beigeladen ich will nur noch nicht hin ein Baubett ja da wird die Reise und bei der Gleitschleife ich will uns an jetzt machen und das sei ein solches ich war es in Raube ich in ihr ob er werfen und ein besser ist weil dann will ich es so machen die schlechte die zwei die in einem Team die besseren Prozent und der bessere steht allein Söchentlichen Kürbchen ich will nicht nur die Wälder überhaupt was er hat mich an in der ganzen Zuschauer und nur das Prozent ich stehren glaube ich du hast alles ein ein was so das weiß ich nicht schulden in einer Beuner-Freiheit sie haben wir haben die Einwanderung bauen und sie wird es nur so ich habe ein Wettbewerb das ist ja auch sie ist doch nicht bei ihm aus wie es zu sein ja wo es sei die Welt ich bin ganz oben habe ich einen 300-10er Head-Cop mit einer Head oder ich bin ein IT-Map oder ich bin ein IT-Map wenn ich keine Map und dann hab mich grad zur Party eingeladen und mit der S-Map online weg nein, nein ich bin gleich mal rum in Notscope ahhh I love it warum lebe ich die Headdy weg? wenn ich den Krabler weglegen muss die aber nur man muss ihn auch in den beiden Seiten das ist ein und wir haben eine andere ich hatte nur eine Helle er hat er hat also das ist doch gereicht Maxi sagt er hat er geht ich gehe ich aber es trotzdem nochmals jetzt wird der Lexie wird in die Masse ein also mit der Wartel zu das ist auch sehr wichtig man kann die Verschiede erhaben dort in der Welt erhebten du musst bei X drücken das ist ein und angucken X drücken erhält nach wenn die Hälfte das ist das nicht das ist scheiße ja ja 2 1 hat das weh das hat weh mit welchen spielst du mit einer Stoff 2 er det her med en billig som billigste skarste med i dag kvm som er helt målt hælder et skarpt i det og som så når sko og så er deres køben det er snart 1 st det var lov Prozent ich bin ja nur ab dem Weg darum die Ertagssehner gegen den Lennart schaffe ich es in der Welt schaffe ich es auch nicht eigentlich von Lennart aber nicht mehr die Erkennung reiht ein Prozent als eigentliche Teil habe ich etwa Bauern haben wir erhalten ich habe von ihm ein eigenes Spiel ich muss alles selber das ist Prozent 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 Schilder hat ich hätte es niemals geschafft mich so zu drehen und dann auch noch mehr Schatten zweihundert hättest du sie haben sie wäre es dieses spielst du diesen zwei Ende aber nicht auf der mpc aus dem pc spiel ich erst seit Prozent vier tagen er wird seit fünf sechs tagen ja und dafür kann ich schon ein dies apc ist leichter er soll leichter sein auf spurt ja eben bauen und editieren ist leichter und er war es gar nicht so ist ein bisschen schwerer ich will mich das zu holen auch ein paar ein guter Mann meinten sollte die Städte los zu tun wenn man auch das ist halbwertig nach oben und nach oben oder wir werden alle erster von der oberen dort was heißt das was sind und er hat die Kanzlei er ist gesagt sich den klicken kostenlachen wir haben die Kruppe auf den Markt der weiß ich gestern aber auch alle gespielt und dann haben wir so ein Typen getroffen so ein 8-jähriger wenn wir die ganze Gesetze der Eltern und so weiter der hat es uns geglaubt und das ist sehr tief ich weiß nicht mehr dass ich weiß gar nicht mehr wie der hieß es ist ein Feuer von mir so aber ich hab kein Headset dämlich, ich denk dass er besser ist als ich er kommt er so mit Raketenwerfen und ich spiel mit pure Pick ich hab ihn verspordert untergepickt ich dachte immer noch, er ist besser ich hab ihn eigentlich schon lange blockiert aber 1,2,3 fixer, ja der kam von mir ich hab den aber auch als Freund ja ich auch ich hab ihn von so einem siebenjährigen ich hab den von ich hab ihn von mir keine Ahnung ich hab mich so, ich hab bei vor Nils vielleicht hast du ihn von Jules weil Jules ist ja siebenjährig achten ne sind sie aber auch egal ich muss die ganze Menge meine Hand legen wegen ich hab ihn das ist ja nicht du ich hab ihn ja du hör 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 ausgestattet ja ich würde sagen gut durchzukommen erneut alle aneckte erzeugt und erzeugt für die mannschaft ein paar Blätter aber ein paar und sich besser aber du hast viele und wir einfach nicht in der Köln der Baum ist so wichtig dass da da war sie einfach nix nix ich weiß was ich sagst das mal die das war auch ach ich kann das ist passiert der Verkommene Notfall gefahrt das war das Notkop oder wie Euro oder der Anstiegsdienst Robo oder aber auch trefft sich das Holz in die ja immer so gut er hat sich hinunter er hat sich in den Wagen auch ein bisschen bei uns nur noch was wird 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 er auch und auch noch ein paar er hat die Kriterien wo hat er ich hatte er in einem Jahr für mich kommen und sie sagten ob er sich nicht kommen das war ja auch sogar er war der Klappe Euro um um er war noch knapp er hat er auch nicht bei mir kam schon dieses Geräusch das ist nicht wahr in meinem Leben ich muss glaube ich dann können wir uns ohne jemanden er hat okay kommst du mein Lieblingsfach für Buhnbogen ja ich bin bereit mein Lieblingsfach für das Buhnbogen genau bei der du hast die Stadler Stadler Skill er wurde auch immer so Mann der erschießt sich jedes Mal schießt er runter Notgewerter Ränder Stadler Spielbaut auch immer in den Videos so auf dem PC dann spielt sie schon auf dem PC an der Stelle auch schon auf PC ja manchmal schon immer nur ich ich bin manchmal bei es geht konnte es so auf PC aber schon ist die Auslösung so übermarschern und die Uhr die Stin und wie er kam auch zu spüren ich habe auch ein Landort der war knapp er hat gewernt die die ein Schildschirm mit der Bühne zeigt sich ja die Komotor jetzt runtergefallen der aufzulaufen ich habe die kurze aufzulaufen erst mal mit reindrücken ich würde sagen dass er aus brädern ich nicht in dem hohen jahr b das ist ja vorliegen ja nicht ich habe ja wieder weggefehlt mann eben hier so nötig dass du da einfach reingehen kannst und dann zurück schädelbrot etwas zum start ja nicht dachte man gewinnt man stirbt aber kriegt da wie so wenn man stirbt ich hab 8 hp holen 1 er ist ließ der ohnehin e-kaufsichter e-e-e einst b und bei er 9 nein ich habe nur noch acht kaffee da ist das nicht klar dass ich auf den dicken ich spiele ja mit und reg mich auf dass du dich geholt wirst r r r ein paar schüchst du schäuern schüchst du schäuern ich habe das Gefühl dass es sich wirklich gut ich ja ich hatte acht kp und habe ihn dabei ich wollte nicht so schießen ich weiß nicht ja gut tschüss Koppelkratzer Bruder der Kontrolle hoch PC-Spieler haben sich vorher mal dabei aufgeregt Alter wegen Auto-Aim mein Auto-Aim ich triff trotzdem nix das ist ein Wort das war ein Wort naja das nicht nur ja er hat Koppelkratzer 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 Losgut der Bord alles klar wird das so sieht dass es losgutzt okay enthält ist jünger wie schlösser leist laut 2 2 3 3 die die du kannst du spitz haben die ganze Zeit so so los ist er ja schützert Prozent er genau wird genau in den Schlaf reingelaufen ja ich weiß ja die Spitze gemacht wird schon sehr schön als sie haben ja ich habe hier hast du ich wollte ich spitz hat dann kommt er mit ich dachte ich habe mich bei der Ruhr und da kamen ob du weißt was ich weiß was ich sag sie morgen ich bin nicht das ist ein guter Engel ist noch immer zu er hat noch ein zuschauer er hat erholt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Jürgen auch Schiener Prozent wie gegen den der Papier daneben Prozent Prozent der Abwehr das Jahr 8 18 der liegt einfach an dir vorbei oh mein gott er war einfach ein meter an ihm vorbei spaß millimeter das war zu spät das kreuz was mein jagdgewehr ist nun mal ich war der daneben oh mein gott oder Höhle rauf! Ich habe 1 HP mehr als 10. Echt? Ja. Könnten Spitzhecken-Wähl machen. Ja, in der Luft! Ja, okay. Das hat jetzt sehr gut funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Es funktioniert jetzt so gut in der Luft. Es funktioniert so geil. Ihr fliegt immer so 10 Meter an euch vorbei. Es ist bei der Luft. Dann doch. Los, komm! Los, komm! Los, komm! Hey! Was? Ich konnte den daneben schießen. Das ist so ein Meter, so 20 Meter vorbei. Wo fliegt der auf einmal hin? Mann! Er ist mein Notgefallen gedrückt. Ja, er war E-Born-Short jetzt auch einfach mit der Spitze gespielt. Ja, gewährst du unter. Du kannst halt anbieten. Du kannst halt anbieten. Also, wisst ihr was? Du siehst das immer. Ja, Spiele auch, ja, gewähl. Bin zu Paul! Nimm doch Schallye, Alter! Nimm Schallye mit! Die ist besser beim No-Scope. Die ist besser beim No-Scope. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist ein Hundertfeld. Alla, what were? Es ist einfach der allerbeste. Wie viele Jagdgewehre hast du? Nein, das ist ein Hals. Ei, das ist kein Hals. Na, ich nehme noch Schallye mit. Ich höre auf. Ich möchte noch ein Hals. Wenn du mir zum Hals gewähren. Ja. Jau, das ist ein Hals. Eine Hals. Schallye ist die beste zum No-Scope. Also in der Nachwärtsgeburt. Ja, ich sage nicht. Was sagt nur Ghost-Sit? sie er hat bekommen aber schon der Schösser-Problem ich drücke den Knopf und es passiert er hat was ist mit dieser Waffe Falschhalter denke ich manchmal ich sag doch dass die Bestie zu losgucken wenn ich in der Zeit um was zu trinken so kurz hey das spielte die Beckenheit so ehrenlos hat sich einfach nur in der Luft ja und eine goldene stadien blaues jagdgewehr weg wundervoll verheiratet 400 euro in der alzheimer das passiert dann hier ist dein pc ab echt? ja und du kannst nie wieder starten äh echt jetzt? ja warum ist das so? komm da runter komm ich eben tot guter 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 ja natürlich da ist er mir ein hit du bist so ein ghosted oh und wir gelos Geh ich da wieder hoch? Ich bin aber schon oben. Da oben! Geh ich da so hoch? Come on, gucke! Ja, da oben! Hallo! Irgendwie da ein Ghostit. Wie geht's dir? Sand genug, Ghost! Macht's Spaß, da oben zu campen? Ja, was da? Super funny, oder? Au! Hallo! Hallo! Hallo, Tüto! Hallo! Erstmal ein Double Notruf! Hallo, Tüto! Weiß ich, hast du das ja oben, ne? Ich hab ne Idee. Wurper! Äh... Bist du runtergefallen? Nein, du hast mich runtergeschossen. Das bitte ohne Bahn hier. Bitte das ohne Bahn, wenn die Bahn machen, okay? Jo... Dann kommst du hoch! Wurper! Wurper! Nein, ich bin grad wieder runtergefallen. Ich war grad oben und bin wieder runtergefallen. Oh, hallo! Hä? Nee. Hey, das war so knapp! Hier! Hä? Ach, jetzt? Da war ich! Bin ich! Hä? Hä? Wo bist du denn runtergefallen? Wie bist du denn runtergefallen? Hä? Kannst du bitte aufhören, die Pyramide wegzuschießen. mit gibt es mir einfach nicht so ein Lack es wird die Welt wieder mir nein es geht dahin wo du warst ich nehme ich nehme die neue Sniper das ist ne neue Sniper die nennt sich Weißkopf Wammer oder so wie der die nennt sich Rebollwammer immer noch live ich bin immer noch liefe ein Fein war das hier nicht ja natürlich ja jetzt bin ich wieder rum sehr gut nach oben zu kommen ich bin wieder reihe Junge er trifft uns mit diesem Bones Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe neue Base neue neue Base Ja, sehr gut funktioniert. Weg weg, man den einfach weg. Ey, du hast weg. Ey, jetzt bin ich wieder mit PAMP. Nein, das ist ja richtig, ja. Und nun schrecklich. Nein, jetzt bin ich wieder One-Shot. Mann, ist es echt ehrenlos. Er war auch One-Shot. Ja, aber er spielt halt mit PAMP. Ja, gerade eben hat er ja auch einen Moment mit... Ach, wird er auch. Ja, ich weiß. Ich hab's. Nein! Du Schwein! Und? Warte, die Waffe wollen wir nicht. Warte, die Waffe. Die Waffe hat keine! Ich hab's gegen ihn. Ähm. Braucht man nicht. Was war das denn? Vielleicht. Haha, wir kommen auf dem Schoen, jemand hört. Er holt einfach seine Scar raus, Alter. Ja, ich weiß, sie richtig dreckig. muss er auch immer hier leute ja er hat nur eine heavy als sniper sonst hat er keine sniper so ein kostet egal eine baseballsituation oder was soll das denn der gab es jeden meter jetzt kannst du kamen Mh... WIGEH! Bei Heavis wurde nachgeladen. Oh ne, falsche Woffen. Ja, jetzt kassierst du Karma. Ja, jetzt kassierst du Karma auch. Du hast Karma. 2 hab ich noch, das musst du dir überlegen. Ich dachte, ich hab kein Tuffel Aim. er hat nicht mal meine Handy nach auf einmal Erbauten äh äh holen die Snakes durchgekommen das ist nach China na wie geht's dir da so in China wegen Corona-Zeiten ey kommst du den nicht treffen bruder hab keine Ahnung hä wie wüsst'n du darüber dann kaum auf einmal wie er es aber auch immer weiter versuchen kann h 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 bisбо h lna lala mit seiner hätte wie hmm was ist schweclub m rot bis zu dann Anruf es hat immer geholfen Prozent abgeholt die so die Sonne Sätze so pink oder rot oder was es ist ich glaube das rot und blau guck wunderbar wo auch an 320 dauernd jetzt geht es mir wieder ich verstehe die Hälfte nicht einfach zu 100 die schieße ich halte denn es ist trotzdem hier ist und dort gar nicht nicht bewegt dann schießt du bewegst wie kannst du den nicht treffen wie geht es so der ist direkt weg schuss ja ein ganz dementals voll mit heavy und dann lächst du die nach es ist er wird er er mit auf den Kopf bekommen ja Prozent Bruder das muss nicht mal so geil wie du das hochbaust hallo ha 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 hier herr war wotigkeit die drohen die 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 nachher er fällt oder krepp krebs die ich bin der Prozent 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 so gut gefallen wie hat sich die nicht getroffen hier hast du die nicht getroffen ich war in der Halle herzlösen Prozent ab das hat sich dazu zu dem Herzen was er hat was er hat die Hübsche oder er hat Porto Laubot zu lösen die Hübsche und bei mir die ich will wissen jetzt untergefallen wieder das ist gar nicht so gut ich bin schon wieder da ist jemand heyo ich bin schon wieder über die wolken weiß der erste drauf Digga du du moloch treff doch jetzt ui du rennsohn sohn was machst du auch losst der Aläger wo es soll losst der reihe ist toll losstehenden müssen los wird bleibt man nicht machen will die Leben das macht es aber nicht ich weiß was du machen willst ja mit sich knopf drücken da nur er will den Knopf drücken sonst keiner wurde die wurde das jagdgewehr schlechter gemacht leute ja nein wegen der Schussrate keine Ahnung ob es schlechter gemacht werden ist nicht mal spiel dass die hübschen ich war ich war ich wäre das Game trifft einfach nicht hä warum sollte es schlechter gemacht werden ist es nicht mal gespielt ja nein die Tiefen zwei Akkursen was schmied schon wieder ging es ein Junge was mit dem Internet jetzt in schuld sich fühlt ja ja ich auch die bürgermeister die bürgermeister die bürgermeister das ist aber treffen los bitte du kannst ihn spitz haben bist du los du hättest spitz haben können egal ich will mal wieder zu gucken guckst du gute montana blick 88 ja natürlich trifft er wieder nicht buchschule montana blick 88 buschi wurde trefft doch jetzt mann wie geht es egal kann jetzt mal einer von euch beiden treffen ich springe jetzt mal die ganze Zeit nur rum und schieße halt nicht mal mit meinen allen schabiert hast du dem gedrückt ja 300 wo mein gott meintreffen hier und sein ich war nicht so gut oder in der lucht aber das war ein rückblick und wieder beobachten ist das für eine lackierung das sind die Donut-Lackierung das sind die Donut-Lackierung das ist ein Donut-Lackierung die hilft halt nie er hätte ja nur 1 HP oder so wir hätten schon gesagt mal gestorben das gleich mal wieder mit dem anderen ist das gleich mal wieder mit dem anderen ist ich bin da einfach aufgehauen ich bin da einfach aufgehauen ich bin da einfach aufgehauen das war ein ghost ist nachher mit der jetzt wieder den knopf super 8 und sind noch mal jetzt nicht die haben die Kräuter wo auch so ist aber Prozent oder mein Herz ja ich weiß wie wir es interessiert sie genau niemanden die nachladen holst du Oh! Oh! Hey, wo ist die Englisch? Oh, ist die Englisch? Äh... 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 Ja. Was? Ihr wisst bald nicht, wo ihr euch kennt. Warum hat der Hintergrund wieder geändert? Das war ich. Diese anderen, dieser Hintergrund ist besser als zum... Oh, ne. Da könnte ich ja nicht schießen, da könnte ich ja nicht irgendwas machen. Wie hast du den nicht jetzt? Äh... 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 Warum weiß keiner von euch, wo ihr hier euch kennt? Keine Ahnung. Sie sind einfach dumm. Ja, dann ist dein Eimer nur den Hintergrund. Äh... 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 Lack, hör doch jetzt auch! Naja... Ich fick deine Mutter, so... Ich fick dich! Ich fick dich! Das ist zu hässlich. Hast du auch festgewerfen, danke! Nö! Triffst du auch eh nicht, warum schießest du auch auf? Ich? Digga, er steht AFK rum! Endlich! Danke! Ich bin schon nicht getroffen. Einfach nur die Scheiß Hintergrund! Du sparse das! Lass doch rein! Mann, ey! Nö! Du triffst nö! Ich weiß nicht welchen! Ich hab ihn in den. Hä? Wo bist denn du auf einmal hin? Es war immer Spaß. Das ist voll die Posi. Den wurde ich mir jetzt eingeladen. Ja, komm. Rick Sanchez. Der Verlierer ist getrunken. Darf ich jetzt auch noch mitspielen? Nein. Ja, darfst du. Der erste, wenn wir rausgetrunken haben, wir haben uns getrunken. Du kannst mich nicht bringen. Ja, ich dachte, du musst doch nur auf. Die Schunae soll jetzt schon. Du kannst nicht alles. Digga, die Schunae ist jetzt gerade. Das war's. La, das ist doch. Wir sehen, wie wir die Posi. Ich hab 18 Papier. Der Gewinner war die Posi. Und wie war der Komplett in den Bauch rein? Also, das war so. 231. 231. Ich denke, wer... Bruder, Bruder, war das ja no scope. Äh, nein, was du... Was das ja no scope. War das ja no scope. War nur no scope. Darauf, ob du gefixiert hättest. Spitzer geh'n. Aber ich hab' auch hier. So, ja, ich hab' auch hier. Ich hab' auch hier. Als ich hatte es auf. Ach so, ja, ich hab zu tun. Ich habe uns nicht soweit. Prozent 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 von Bonap die Bedeutung das hat der Stützer sagt mir vorher Bescheid der Katz sich rechnappt zwei bis zu seinem Ort Schaus ja ich bin der Grappler jetzt hab ich ja auch nicht dran wer geht die Gymnasium die Gymnasium und realen er schlägt Jini abhand die Böhm ich habe seit zwei Wochen bei der Schule mann die Böhm aber jetzt auch so auf den Scheiß Kack umzustellen ab so ist auch wie los der Besorger und Robbillow ist Ferdinand das Beinabend sehr vieles Ferdinand mit dem Grundsatz wie hier dieser Peter dieser Peter ist hier so wie los im Nordkopf und abrufen er hat was er so sehr gut hat er muss kommen er muss auch er hat und nach abwesen und ja ich habe gesagt dass er zu reden da da kann er das noch benutzen ja Prozent 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 und dort bei Kolder für die Verkaufsgabe ich habe nicht gewonnen dann kommt noch einmal so nah Prozent 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 ein Pogel an nur 11 HP viele HP hast du? Hä? Wo ist der Engerflug? Den buch du, den buch du Den buch du, den buch du Ja, Maschine Maschine, Maschine, Maschine Maschine Der sieht mich nicht Ja, der sieht mich nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaube, die Werbe ist nicht dafür geeignet so wie los, die zu machen Wie Juppert, Juppert, Juppert Failey, oder einmal eliminiert mal hier Spaden Ehh Huuuh, das du treffst auch Haaa, ok Guck ich wo Wauw, Die habe ich nicht verraten Warum? Ich hab' ich nicht zu tat Wauw um abzahlen hat sie hier 313 hat und mein gott weg h man hat ihn nur ein ich bin lieber ich verstehe ab ab er wird uns einfach nur so gut spielen und mann der Bugs trotzdem na ja ich bin erster platz unter den map geblüht das war da zu spiel nicht wissen was es ist das ist man da machen muss da muss man sich vergewaltigen da muss man sich verlegen die mir zuschauen ich mache ich weiß ich mache jetzt den stream aus und ich habe gerade richtig beim ende verkackt also tschau